hallo youtube hallo zocker hallo ship graveyard schrauber landratten was auch immer wir haben langsam glaube ich wieder sonnenaufgang was gut ist damit es hier nicht auch ein endlos nacht let's play gibt ich schaue gerade noch mal was wir hier so rumliegen haben und da sind wir leer das ist gut da leer zu sein ist sehr gut dann können wir nämlich auf dem schiff ganz schön viel ausschlachten da liegen nur extrem gute sachen drin so das ist ausgebaut auf baracke stufe 2 wir können sechs leute können wir einstellen und dabei müssten auch stufe zwei leute dabei sind das heißt wir können mal hier gucken nach arbeitern der bringt 3 bis 6 öl 3 bis 6 rostige stahl das ist glaube ich in stufe 1 arbeiter kosten 42 dollar am tag beschäftigen hau rein ich suche weitere da ist noch einer mitarbeiter stufe 2 müsste ich aber doch beschäftigen können ich habe doch stufe 2 ausgebaut echt jetzt ich habe es immer noch nicht kapiert ich habe gedacht wenn ich hier ausbau reicht da diese diese komische hütte da aber reicht scheinbar nicht was muss ich denn machen dafür verwaltung arbeiter das hier hochlevel noch stufe 2 ja ja sorry da ich das jetzt gesagt habe so nächstes level bringt uns hierher gut dann würde ich sagen gehen wir mal schraubern wir müssen ja irgendwie wieder kohle rein kriegen das kostet ja alles hier ein schweine geld und finanziert sich nicht von allein so wir machen mal licht an dass wir was sehen dieser kahn ich weiß gar nicht was wir da noch alles haben was wir noch rausholen müssen zwei tage haben wir in diesem kahn jetzt geschraubt gemacht und getan und hier draußen hat sich noch nichts verändert das sieht fast noch genauso aus wie am ersten tag wir sind praktisch nur in diesem turm hier unterwegs in diesem aufbau wo die wo die crew und so lebt und ich glaube da waren wir erst scheiße ich glaube ich habe was vergessen oder ihr wisst was ich vergessen habe oder was man sich im kopf hat hat man in den beinen was man sich im kopf hat hat man in den füßen so da 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 hallo du mit dir rede ich genau wir wollen kaufen wir wollen kaufen wir wollen kaufen wir wir wollen kaufen alles kaufen alles gekauft so unlagierte stahl messing guss stahl wir gehen erst alles kaputt hauen und dann können wir wieder gucken was wir daraus zusammen schmelzen können um letzten endes dann zur aufwertung unserer werkstatt zu kriegen dass wir an bessere werkzeuge rankommen dass wir noch mehr aus diesem ding da rausholen können ist doch perverse wenn das und mir hat einer geschrieben das ist noch ein kleines schiff wenn das noch ein kleines schiff ist wie lang brauche ich dann ein großes schiff zu zerlegen 10 200 hours later pty so topsaugend du d Championships du d d d alles rein alles rein Alles rein. So, Taschen. Sie wollten ab. Das sieht doch ganz gut aus. Kriege ich die Tür auch ab? Wir nehmen alles mit. Irgendwie hat mir geschrieben, ich hätte nicht alles mitgenommen, ich hätte nur die wertvollsten Materialien mitgenommen. Das Zeug ist ja nichts wert, aber aus dem Zeug können wir wertvolleres Zeug machen. Es gibt nichts, was wertlos ist. So, die Tür, die konnten wir letztes Mal nicht knacken, weil Dietrich abgebrochen. Jetzt können wir sie knacken. Ja, wieder Dietrich abgebrochen. Oh, Alter. Was ist denn das für eine Kiste hier? Geht doch. Ja, da sind wertvolle Sachen drin, weil wertvolle Sachen drin sind. Gehen viele Dietriche kaputt. Ich verstehe. So, kaputt machen. Kaputt machen. Alles kaputt machen. Alle draus da. So, den können wir nicht. Den können wir nicht. Das können wir. Wir schweißen die Heizung ab. Wir schweißen die Heizung ab. Heizung ab. Oh Gott. Die deutsche Sprache ist schwerer Sprache. Wir schweißen die Heizung ab. Jetzt habe ich es. Wir schweißen die Heizung ab. Ja, was ist? Wie, kein Platz im Equipment? Bin ich schon wieder voll? Ich habe nicht mal richtig angefangen hier. Im Himmel. Ich brauche 300 Inventarplätze, wenn das hier so weitergeht. Ich habe nicht mal richtig angefangen und erhebt nichts mehr auf, weil voll. Irgendwann hat es geschehen, meine Musik wäre nervig. Oder habe ich es falsch verstanden? Das muss man nochmal genauer erklären. Ist meine Musik jetzt nervig oder nicht nervig? Ich muss es wissen, um darauf reagieren zu können. Der sarkastische Satz lässt beides zu, den ich da gelesen habe. Ich vermute, die Musik nervt dich. Aber ich kann dir nicht auf Nummer sicher gehen, wenn ich es nicht richtig verstanden habe. Also bitte sei so lieb und erklär mir das. Ob sie nervig ist oder nicht. Können auch alle anderen mal schreiben. Muss nicht er sein. Wenn ihr euch von der Musik genervt fühlt, sagt Bescheid. Ich meine, es kann ja sein. Die läuft jetzt schon lange und bei vielen Let's Plays. Und es könnte ja sein, dass einer sagt, ich kann sie nicht mehr hören. Machen wir was anderes an. Problem ist, ich habe keine Zeit, um was Neues zu machen. Ich bin momentan musiktechnisch gar nicht am Start. Ich bin auch programmiertechnisch gerade gar nicht am Start. Ich habe sogar den Link rausgenommen zu dem YouTube-Kanal, der eigentlich für Game-Programming sein sollte. Wo ich dokumentieren wollte meinen Weg. Weil die logische Überlegung ist ganz einfach. Es dauert ewig, sowas aufzubauen. Und ich habe zur Zeit nicht die Zeit. Um ewig was aufzubauen. Ich muss mich erstmal um andere Dinge kümmern. So. Wir machen uns den Weg, wie er uns gefällt. Alles zu Breihauen. Wir machen alles kaputt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel kaputt mache. Nicht, dass ich irgendwo oben dran muss. Und dazu so eine Kistenleiter da hochklettern muss. Und dann mache ich alles kaputt und komme da nicht hoch. Alles schon gehabt. So, du liebe Kiste, bist blockiert. Dann machen wir es doch einfach so. Viel zu hoch. Das ist doch nix. So, das ist alles mal beigeholt. Warum kann ich das eigentlich nicht wegflexen? Oder das hier. Warum muss ich... Geht wirklich nur mit diesem blöden Bunsenbrenner-Schweißgerät da. Krasse Halterungen, dass sie die Kiste halten auf einer Seite. So, das kriegen wir noch nicht ab. Da kriegen wir nix ab. Aber irgendwie haben sie das Spiel verändert gegenüber dem Trailer. Weil im Trailer hieß es noch so von wegen, achten sie darauf, dass sie nicht überall alles einsetzen. Weil es könnte dazu führen, dass es irgendwas explodiert. Du kannst hier gar nicht überall alles einsetzen, ne? Das ist der Punkt. Eigentlich kann nix explodieren, wenn nur das genutzt werden kann, was dann halt auch wirklich geht. Dabei müsste man das hier eigentlich auch wegflexen können, ja? Ne, ich seien gleich dazu dieses Brennerteil drauf. Das ist das einziges Gerät, was da dran funktioniert. So, das haben wir, das haben wir. Den Raum haben wir nicht. Chemikalien können wir nicht. Da ist nix. Das da können wir wieder sägen. So, das ist das hier. Das da rein. Haben wir hier draußen noch was. Da liegt Zeug rum. Oh. Es ist aber auch übel. Bach, das ist übel. Und verschwand in der Wand. Und das Inventar ist schon wieder voll. Ich hab noch nicht mal richtig angefangen hier. Das Inventar ist schon wieder voll. Das können wir aufsammeln. Kriegen wir das noch rein. Das kriegen wir auch noch rein. Kriegen wir das hier noch rein. Das ist alles, was ich nicht mehr aufsammeln konnte. Also, ich hab ja noch Gas und so Zeug im Inventar. Jetzt nicht mehr. Ah, das war's. So, kein Gas mehr im Inventar. Da sind wir noch nicht ganz fertig und es ist voll mein Inventar. Aber wir nähern uns der eigentlichen Flash. Alter, es darf nicht wahr sein. Wie viele Tage werde ich noch brauchen an diesem Schiff? So, wir können aber hier drüben reinpacken und weitermachen, oder? Na, 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 na. Das Inventar muss irgendwie noch voll werden. Ich kann ja nicht leer zurückfahren. So, wir machen uns mal ein bisschen Platz. So, wir machen uns mal ein bisschen Platz. Ich bin gerade am grübeln, ne? Ich will erst mal so ein bisschen wertvolleres Material hier mitnehmen, was möglichst in der Nähe vom Ausgang ist. Das hat dann halt den Vorteil, dass wir nicht so weit laufen müssen, wenn wir voll sind. Das ist wie bei einem guten Disco-Besuch. Die Disco hast du am besten direkt vor der Haustür. Dann brauchst du nicht mehr so weit zu laufen, wenn du voll bist. Sammel, 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 staubsaug. Hier steht noch was. Zup. Öffnen, erst öffnen, dann zerdeppern, dann looten. Dann mal zurück. Material fassen. Das erste was ich mache ist hier hingehen, dass wir es nicht wieder vergessen beim nächsten Mal, dass ich hier neues Zeug brauche. Wieso ist der Tank denn aber auch so klein? Und da können wir wieder zwei aufbessern. Können wir auch wieder reparieren. Dann haben wir das. Das nächste was anstehen würde, wäre Material schmelzen. Stimmt, das geht ja auch so. So, leh. Okay, geht nichts mehr rein. Dann packen wir das mal hier unten zusammen und packen das alles mal ein bisschen hoch, dass wir einen Überblick behalten. Jetzt packen wir von hier. Was haben wir denn alles? Das sollten wir mal rüber holen. Das können wir mal rüber holen. Das sollten wir mal rüber holen. Mal gucken, was wir hier aufstellen können. So. Ich weiß ja nicht mal genau, was ich brauche. Messing. Ich weiß, ich brauche Messing. So, wir schreiben erstmal eine Einkaufsliste. Zettel, Stift, 10 mal unlegierter Stahl, 6 mal Messing und 5 mal Messing. Bus. So, dann mal reingucken. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Davon brauchen wir 6. Davon brauchen wir 6. So, Messing. 1 und 500. So, die 6 Messing haben wir. Was ist Gussstahl? Das sind die mit denen. Die haben wir. Da brauchen wir 5. Die 5 haben wir. Dann können wir das da rüber packen und dann packen wir davon 5 ein, meine ich. Korrektement. So, Stufe 1. Das ist 1.500. So, haben wir. So, haben wir noch 10 unlegierte Stahl. Wo finde ich die denn? Ach, das sind die Teile. Das ist ja noch einfacher. Da haben wir schon mal die 10. Das brauche ich nur noch die Röhren dazu. Oh, das könnte eng werden. Ich glaube, da haben wir viele verkauft. Da haben wir definitiv viele von verkauft. Ist jetzt dumm. Haben wir im Auto noch welche? Ah, ist es sehr schön. Rechnung geht auf. Dann 10 davon rein. Unlegierter Stahl. 1000 Grad. Und 1. Und 1. Und. Gibt es mehr. So, da haben wir sie. Und was jetzt noch fehlt, ist Geld. Und das kriegen wir auch recht einfach bei. Wir packen das hier erst mal hier rüber. Haben wir hier irgendwo was, was extrem viel da ist. Sowas wie das hier. Das sollten wir auf jeden Fall aufbewahren. Wir haben 10 davon. Ja, ich glaube, das passt. So, packen wir das alles hier rein, was wir reinpacken können. Und dann gehen wir mal produzieren. Das lohnt, glaube ich, nicht so wirklich. Wir fangen mal oben an. Das hier wird ganz viel Geld bringen, aber wir wollen kein Titan verschwenden. Das haben wir. Das haben wir. Das können wir rauskriegen. Moment, das haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Was habe ich denn überhaupt? Das haben wir. Oh, da kommt Messing raus. Das ist 63 Wert. Ich bin gerade am überlegen, ob ich alles umproduzieren soll, was ich umproduzieren kann. Wir haben ja hier so Sachen. Das ist ja nicht so, dass wir die nicht hätten. Das bringt übrigens auch mehr Platz, wenn man Sachen zusammenräumt. Da gab es nicht wirklich was. Dafür gibt es dann schon eher was. Gucken, was wir daraus herstellen können. Daraus könnten wir vier Stück machen. Bringt 79. Ist auch nicht die Welt. Das da bringt Geld. Kupferrohr plus Blei. Kupferrohr und Blei. Dupe 3, 500. Kein Material mehr da. Kein Material mehr da. Hiervon haben wir Material da. 5, 4, 3 hier. Macht 3 Messing. Ne. Macht 3. Macht 3. Gehärteter Stahl. Stufe 2 und 1000. So. Da haben wir kein Material da. Da hat man Material da. Kerosin. So ein Ding ist 13 wert. Na gut, das sind 26. Und das hat einen Wert von 28. Das sind 2 mehr. Was ist denn jetzt mit meinem Hals los? Werde ich krank? Meine Frau sagt, sie kriegt Halsweh. Schon wieder. Gerade ist gesund geworden. Mal was trinken. Vielleicht ist der Hals hier einfach nur trocken und braucht Ölung. Ja, mei, was soll's. 501. Alles, was ich jetzt am Inventar habe oder im Auto habe, wird verkauft. Wir brauchen cash. Schau. So, das hier verkauft, dann holen wir jetzt noch das Material raus, was wir hier liegen haben, nämlich die ungehärteten Stahl, die Gussstahl und das Messing, sogar ein Messing zu viel. Da vorne ist es. Und wir graden ab. Und haben neues Zeugs. Aber das neue Zeugs ist teuer. Einladung. Titan haben wir, wäre nicht verkehrt. Ich bin am überlegen gerade, echt am überlegen, ob ich das ganze Material mal verkehrt. Goldfragmente sind wertvoll. So, dahinten gibt es einen Auftrag, wir gucken mal ob wir irgendwas dabei haben was der gebrauchen könnte. Tag schön, was willst du, Messing, Aluminium, Gusseisen, geharteter Stahl. Wir haben nichts davon dabei, eieieiei. Das ist sehr unbefriedigend. Der arbeitet doch schon für uns. Apropos, der arbeitet schon für uns. Noch mehr Material. Auch ne Möglichkeit Platz zu kriegen. Mal schnell alles von A nach B schieben. Ich hab nicht vor wieder bei Nacht zu arbeiten, es ist mir egal was das kostet. Bis zum nächsten Mal. Geht das Zeug jetzt hier verticken. Es ist mir egal, ich kann nicht alles lagern, ich brauche Geld für neue Maschinen, dass wir an mehr Material kommen. So, die Kettensäge ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich als erstes brauchen wird. Der Titanhammer sieht sehr vielversprechend aus. Den kaufen wir schon mal. Damit kriegen wir alles platt, was wir hämmern müssen und davon ist noch einiges im Schiff. So wir können jetzt Stufe 2 Leute engagieren. Irgendwo hier war noch einer, der war Stufe 2. Der Stufe 3. Aber hier war irgendwo einer, der war Stufe 2. So, das heißt wir haben jetzt 2 Beschäftigte. Wir haben 400 um die nächste Ding zu bezahlen, wir haben einen neuen Hammer, ich gehe schlafen. Traum. Da können wir nämlich dann wieder im Hellen spielen, wir haben die Reservierung bezahlt, eine Woche ist rum im Spiel. Da vorne steht Schiff, unsere Mitarbeiter sind am Arbeiten, wir haben das richtige Material, die Folge war länger als ich wollte. Ich sage an der Stelle deshalb jetzt Danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ich weiter an diesem Kran dahinten arbeite, bis wir ihn komplett zerlegt haben, alles rausgeholt haben was geht. Bis dahin, machs gut, bye bye.